Hey Leute, willkommen zurück zu Dragon Age Inquisition. Haven wird angegriffen und wir müssen die Bewohner evakuieren. Dann wollen wir doch mal sehen, wo sind denn Bewohner? Oh oh, da sind keine Bewohner. Warte, werde ich denen mal was Schönes hier hinsetzen? Und pau. Yes, na gut, das hat jetzt noch den erwischt, aber immerhin. Oh, wird gerade jemand angegriffen von meinen Leuten? Na, es geht so. Kann ich denen eigentlich ein Schutzschild verpassen? Ja, kann ich, tatsächlich. Das ist ja cool. Ich kann also auch fremde Leute hier mit einem Schutzschild versehen. Wer hätte das gedacht? Sag mal. Seid ihr bescheuert? Bam, bam. Ja, ja, ich komm gleich. Ich muss erst mal plündern. Oh oh, da kommen schon die nächsten, ne? Das war... Zehn Gold. Kinder, was ist denn das für ein Kinderkram hier? Oh oh. Rette. Erstmal hier ne Mine reinsetzen. Wann kann ich die... Achso, jetzt geht's. Ich höre jemanden. Warte, und jetzt hier. Bam. Das ist ne geile Kombo, Leute. Wenn das funktioniert immer, dann ist das richtig geil. Hier, du musst ein bisschen Panik kriegen, hab ich gehört, ne? Und gleich nochmal einen Ballern. Geil. Leute, das ist voll schön hier mit dem... So. Verbesserte Wurfmesser. Okay. Und ne Verteidigerrüstung. Ja, ich muss aber plündern, Leute. Ich kann jetzt nicht irgendwie... Warte mal, ich ne mal nen Regenerations-Trank. So, die hab ich ja verbessert. Alter Schwede, die ticken jetzt schon mal mal einiges mehr, ne? So, das ist die Frage. Wo gehen wir denn lang? Dieser Drache. Meine Güte, dieser Drache. Ich steh voll auf Drachen. Wisst ihr das? Ja? Hab ich, glaub ich, schon mal gesagt. Retter Adan. Okay, komm. Und Minave muss ich auch noch retten. Ja. Oh, die hat so ne süße Stimme. Ich muss sie einfach retten. Minave. Wo bist du denn, Minave? Wer... Wo ist sie? Wir verlieren, Leute. Ach, die war jetzt da... Ich hab's gar nicht gesehen. Jetzt ehrlich gesagt. Hier ist so viel Chaos. Inquisitions... Oh. Lichter, Lebensenergie? Ich kann da voll hardcore ins Feuer reinrennen. Da passiert nix. So, wir haben alles aufgestockt. Ihr habt's schon gesagt. Die füllen sich nicht immer komplett von selbst auf. Die Tränke zum Beispiel. Man muss manchmal, ähm... Ja, öfter an so einen Teil gehen. Weil es sind manchmal nur drei oder vier Tränke drinnen. Alter Schweden, da kommt der Drache wieder. Ha, ha, ha. Warte, Trän. Warte. Komm, mach Bum. Bam, Leute. Das ist ne schöne Synergie hier. Warte, warte, warte. Ich muss erstmal hier Blackwall und dann... Putsch. Oh Mann, warum ist meine Bombe noch nicht bereit hier? Meine Explosion auf dem Boden. Ich werde auch mal Blitz skillen, Leute, als nächstes. Also ein bisschen rumprobieren, ne? Wie Blitz denn läuft bei mir. Diese Templer, die sind doch bestimmt gedankenmanipuliert worden. Oh, oh. Hilfe. Hilfe. Warwick, hilf mir. Willst mich also jetzt hier ein bisschen ärgern, ja, du Vieh? Zeig dir mal was. Bam. 600 Schaden, Leute. Alter. Ja. Ich find's gut, wenn man die Dicken hier in Panik versetzen kann. Wie viel Schaden die mir schon wieder gemacht haben, ne? Die Scheißkerle hätten mich fast gekriegt. Ja klar, ich helf doch gerne. Oh, Einfluss. Noch mehr Einfluss. Ist aber einer von meinen Leuten, oder? Na, schade. Na gut, ähm... Achso, das füllt's gar nicht auf. Nur die Heiltränke. Ja, komm, ich nehm nochmal einen Regenerationstrank. Ich werd den wahrscheinlich gleich brauchen. weiter, geht weiter. In der Kirche findet ihr Schutz. Er hat versucht, einen Templer aufzuhalten. Die Klinge ging tief. Er wird sterben. Was für ein reizender Junge. Herold. Unsere Lage sieht nicht gut aus. Jegliche Zeit, die ihr uns womöglich verschafft habt, wurde uns durch diesen Drachen wieder geraubt. Ich habe einen Erzdämon gesehen. Ich war im Nichts, aber er sah genau so aus. Es interessiert mich nicht, wie er aussieht. Er hat dieser Armee einen Weg gebahnt. Sie werden jeden in Haven töten. Der Älteste interessiert sich nicht für das Dorf. Er will nur den Herold. Hm. Also opfern will ich mich jetzt auch nicht. Mich kümmert nicht, was er will. Wie kann ich ihn aufhalten? Es wird nicht leicht sein. Er hat einen Drachen. Wir wissen, dass er einen... Herold. Es gibt keine Strategie, wie wir das hier überleben könnten. Die Lawine war das Einzige, was ihren Vormarsch verlangsamt hat. Wir könnten die restlichen Trivoks drehen und einen letzten Erdrutsch auslösen. Wir werden überrannt. Um den Feind zu treffen, müssten wir auch Haven begraben. Ja, wir sterben. Aber zumindest können wir entscheiden, wie wir es tun. Nicht viele haben diese Wahl. Nun ja, Kanzler Roderick kann euch helfen. Er will es euch sagen, bevor er stirbt. Es gibt einen Pfad. Man würde ihn niemals finden, wenn man nicht wie ich die Sommerpilgerreise unternommen hat. Diese Leute können entkommen. Sie muss ihn mir gezeigt haben. Andraste muss ihn mir gezeigt haben, damit ich euch davon berichten kann. Worauf wollt ihr hinaus, Roderick? Was denkt ihr, Cullen? Könnte es funktionieren? Möglich, wenn er uns diesen Pfad zeigt. Aber was wird aus euch? Vielleicht überrascht ihr ihn ja und findet eine Möglichkeit. Inquisition. Folgt Kanzler Roderick durch die Kirche. Na los! Herold, wenn dies eure Bestimmung ist, wenn dies die Bestimmung der Inquisition ist, bete ich für euch. Sie werden die Triebocke laden. Zieht die Aufmerksamkeit des Ältesten so lange auf euch, bis wir oberhalb der Baumgrenze sind. Wenn wir eine Chance haben wollen, solltet ihr ihm einen Schlag versetzen, den er so schnell nicht vergisst. Ei, 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 ei. Also schön. Ich hoffe nur, euer Plan funktioniert. Oh, oh. Kommen wieder diese Dämonen überall. Alter, was? Ach, mir ist so viel Schaden. Oh Gott, oh Gott. Ich krieg grad voll eine reingesemmelt. Au. Warte mal. Jo, jo, jo. Ich werd' immer aufhören, auf mich zu schießen. Das sind noch Penner. Guck mal, was die mir aber auch abziehen, du. Ihr müsst alle sterben. Oh, ich bin schon tot. Schön. Ey, das geht so schnell als Magier. Man kriegt hier so schnell auf die Schnauze. Heil dich doch mal. Äh, äh. Heilen, 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 heilen. Diese blöden Bogenschützen, ne? Oh, Mann. Ihr seid solche Pennergesichter. Bam. Alle sterben, ihr Mist. Völlig schnell, die die Heiltränke weggesoffen haben. Unglaublich, oder? Haben wir irgendwo hier noch, äh, ein bisschen Versorgungsgüter? Weil ich glaub, mit einem Heiltrank werd ich jetzt nicht so weit kommen, du. Na, Spielzeugsoldat. Ja. Ja. Rotes Lyrium. Was hab ich denn da mit? Da oben sind noch Feinde. Die hol ich mir mal. Warte. Und fängt. Ja, leider nur einen erwischt damit. Au. Meine Fresse, da schießt schon wieder einer auf mich. Seht ihr das? Finde ich uncool, leider. Sehr uncool. Töte den Krieger! Töte den Krieger! So, die Schutzschicht haben wir schnell runter und jetzt wird er verbrannt. Komm, wir müssen doch auf anzugreifen. Gibt's da wieder Vorräte, oder hab ich die jetzt... Äh, man kann die noch einmal plündern, ja. Äh, Mann. Schade. So, und rotes Lyrium. Was auch immer ich mit dem roten Lyrium anfangen soll. Da drin noch was? Oh Mann, ganz Haven ist voll am Arsch, du. Au. Guck mal, die werfen irgendwas auf mich. Das ist voll doof. Ach so, du bist schon nicht mehr in Panik, oder wie? Warum das denn? Au, toll, jetzt hat... Naja. Das ist ein bisschen unpraktisch. Wir müssen uns besser absprechen, Freunde. Nicht einfach irgendwas zaubern, wo ihr gerade Lust drauf habt. Wie immun, der ist immun gegen Eis? Das gibt's ja gar nicht. Äh. Ich kann ihn halt nicht mehr heilen, das ist das Problem an der Sache. Komm jetzt. Power. Sehr gut. So läuft's. Ein Ritterhelm. Aha. Aha. So. Habe ich irgendwo hier noch ein paar Rohstoffe? Also ein bisschen Versorgungsgüter zum Nachfüllen, weil das ist gerade ein bisschen knapp, ne? Oh, nein, wollte ich gar nicht. Mit einem Heiltrank nur noch? Oh Mann. Also beziehungsweise jetzt gar keinem mehr. Das könnte schwierig werden. Sag mir bitte, dass hier irgendwo noch was ist. Nein. Nee, nee. Guck mal, die ganzen Toten. Das ist doch ganz Haven, das jetzt ausgelöscht wurde. Wo ist denn Cassandra, Sarah, Vivi und der Rest? Hoffentlich geht's denen gut. Sind schon in der Kirche oder so. Oh nee, da sind noch mehr von diesen Peddern. Und da ist auch noch einer. Verhöhnt. Oh, dieser Bogenschütze, wenn ich das schon sehe, dass der auf mich wieder schießt, ne? Krish Akres. Geh weg. Komm. Auf uns den Schutzschild, bitte. Auf uns. Alter. Komm mal ab. Und. Au. Auf den Boden. Komm, Blackwall. Mach es. Ja. Der wird überhaupt nicht getroffen, so wirklich, Blackwall. Aber ich krieg immer voll auf Schnauze, du. So. Oh, da gibt's Tränke. Tränke, Tränke. Und da steht aber noch einer. Ein Böser. Oh, ein Glück. Wie viel haben wir denn jetzt? Oh, hat sich wieder voll gemacht. Super. Da ist euer Triebock. Richten wir das Ding aus. Oh nein. Gut, dass das nicht lange dauert, du. Dieser blöde Penner hier. Auf da rein. Genau. Ja. Bogenschütze. Siehst du mal, wie das ist? Wenn man nur aufs Maul kriegt. Wie der halt immun ist. So, ihr macht das mal. Ich dreh schon ein bisschen. Oh nee, da kommt wieder neue. Ich dreh hier voll am Rad, du. Nee. Nee. Pennergesicht. Alter Schwede, was kommt denn da alles? Was ist mit dem da nicht richtig? Der verwandelt sich gerade. Oder? Oh oh. Blödmann. Diese verdammten Templer, die sind richtig stark. Ich frag mich ja, wie es mit den Magiern gewesen wäre. Wahrscheinlich werden die noch ein bisschen heftiger. Dieser, der ist halt immun gegen Eis. Guckt's euch an. Oh nein. Jawohl, grad noch so aufgehalten. Die werden dann zu diesen komischen Superviechern. Ich frag mich auch, warum ich gerade draufschieße mit Eis. Aber, naja. Hä? Wo ist denn hier was? Ach, da vorne. So, das soll's jetzt aber gewesen sein. Oder kommen jetzt wieder neue nach? Aha. Ne Axt. Nimm das mal bitte. Ein Medaillon. Hätte ich doch schon vorher auf Blitz umgeskillt. Ich glaub, es gibt gar nicht so viele gegen blitzresistente Viecher, oder? Oh, da kommen ja noch mehr. Immer wenn ich drehe. Das ist ein Zufall aber auch. Hier, holt ihr euch mal bitte. Hallo? Die werden uns einen harten Kampf liefern. Ja, ich merk's gerade. Die sind ganz schön garstig. Oh nein. Wie viele das sind? Wie viele? Oh, nö. Alter Schwede. Es werden immer mehr, ne? Ach, du heiliger. Heiliger Bim Bam. Bam. Diese schießenden Penner immer, ne? Egelhaft. So. Erstmal hier schön. Heilung oder Schild. Heilung gibt's ja nicht mehr, leider. Pau. Das wäre saudoof, hätte ich den Schaden eingestellt, Leute. Dass ich selber durch meine Zauber Schaden bekommen kann. Aber das macht ja eh keinen Sinn. Ich lasse sie ihn mal bekämpfen und ich mache in der Zeit den Trebok oder Tribok weiter. Das macht keinen Sinn, weil ich keinen Schaden mache so wirklich. Außer so. In Panik. Na komm schon. Komm, komm, komm. Dreh das Ding. Mächtige Verstärkung. Jetzt kommt auch noch ein Hauptmann oder wie? Nein. Nein. Was ist das denn? Hilfe. Alter. Alter. Ich bin ja schon wieder fast tot. Das gibt's ja gar nicht. Oh, nö. Ach, du heilige Kacke. Dorian. Achso, jetzt hab ich den nur eingefroren. Ich dachte eben, was mach ich denn damit? Okay, wir haben nur noch einen Heiltrank. Das ist ja nett. Das ist ja nett. Und Blackwall ist auch fast tot. Na, geil. Ist das noch was wert, du? Oh, nö. Muss weg hier. Blackwall ist down, meinst du wohl? Ach, du heilige Kacke. Oh, nein. Oh, nö. Ja, jetzt macht das alleine der liebe Warwick. Ganz bestimmt nicht. Okay. Was? Er hat doch noch gelebt. Was wollt ihr denn? Ach, du heilige Scheiße. Ich muss... Nee, okay. Das an dem Tribok drehen ist wahrscheinlich nicht so geil. Das ist nicht so geil. Das ist nicht so geil. Also, ich muss das langsamer angehen. Krank. Was für ein Kampf, oder? Das geht ja ganz schön ab. Das geht ja ganz schön ab, du. So. Ja, warte mal. Die haben ja alle ein Level ab, sehe ich gerade. Also, zumindest Dorian hat ein Level ab. Ja. Warte mal. Wiederbeleben? Ja. Auf jeden Fall Wiederbelebung. Dann kann er das nämlich so machen, ohne, dass wir da groß Zeit drauf verschwenden müssen. Ähm. Blackwall. Du wirst auf jeden Fall noch schön Vergeltungs... Nein. Wirbelnder Ansturm. Klingenabwehr. Ja. Schadensresistenz ist vielleicht für ihn auch nicht so schlecht. Unterliebe Warwick. Perfekter Schuss. Ja, komm. Ich mach jetzt einfach mal, Leute. Ich will jetzt... Was war das denn eben? Dann kommen schon wieder welche. Ich glaub echt, das ist... Das ist zeitgest... Nicht zeitgesteuert. Also, das ist... Bad. Das ist, wenn ich hier Dings mache, ne? Wenn ich am Tribok drehe, dann kommen die Leute. Wow. So. Schön. Ich brauch noch mehr... Ich brauch noch mehr Heiltränke. Das geht... Ja gut, jetzt geht's, aber... Meine Leute saufen die halt wie blöde. Ich müsste das eigentlich abstellen, das Schema, dass die jetzt die ganze Zeit Heiltränke saufen. Weil gerade jetzt ist es noch nicht so wichtig. Guck mal, komm, packe ich das Ding ab, kommen wieder welche. Nee. Stirb. Guck mal, einzelne Gegner gehen ratzfatz durch. Das war echt ein Fehler, die so schnell anzugreifen, glaub ich. Pau, pau, pau. Okay, komm jetzt. Ich muss ein bisschen warten, bis die einzelnen Wellen kommen. Da vorne kommt jetzt wieder einer, da komm. Wir werden uns einen harten Kampf liefern. Okay, okay, das war jetzt vielleicht auch wieder zu viel des Guten. Oh, oh. Weg da, Kinder. Der Penner hier in seiner komischen... Oh, nee, das war nicht so toll. Äh. Haben wir alle? Na gut, außer Barrick. Aber das ist okay, glaub ich. Nee, 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 nee. Das geht schon wieder ganz in die falsche Richtung hier. Garde. Okay. Ja, bin dabei. Nein, nein, nein. Macht doch jetzt den Schild, bitte. Bitte. Ja. Ah, man, diese Typen da. Diese Strahlen, die die abschießen, das ist gefährlich. Pau. Pau. So, komm schon. Pennergesicht. Da ist auch futsch. Okay. Richtig ekelhaft. Mehr Heiltränke, bitte. Wie lange haben wir denn noch? Ja, ihr habt wieder alles weggesoffen, ne? Da gut gemacht. Beziehungsweise hab ich gut gemacht, weil ich das Schema eingestellt hab. Nee, gibt's keine mehr. Ey, Kinder, das ist richtig schwer. Das ist richtig schwer, find ich. So. Die halten aber auch ne Menge aus. Du, ich speichere jetzt mal hier manuell. Weil nochmal will ich das nicht alles machen jetzt. Da kommt wieder einer. Na komm, noch ein bisschen kann ich drehen. Warum ist das eben zurückgegangen? Ja, super gemacht. Hauptsache, diese komischen Beschwörer da sind tot, glaub ich. Das ist das Wichtige. Wunderbar. So, den hätten wir. Jetzt langsam. Immer schön gucken auf die Fortschrittsanzeige. Und irgendwelche Pennergesichte mal wieder umratzen hier. So. Immer auf vereinzelte Gegner. Das geht, glaub ich, am besten so. Ja, ist. Okay. Schrittchen für Schrittchen. Da kommt schon wieder einer. Ja. Zwei. Komm schon, du Arsch. Fettes Bogenschütze. Nee. 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 Alter Schwede, was ist der überhaupt für ein Schaden macht, dieser Penner. Bogenschützen, ne? Ich sag's euch. Hammerhart sind die. Hammerhart. Ich weiß, da liegen ein paar Items, aber das ist mir jetzt erstmal ein bisschen egal. Oh, und schon wieder. Nein. Ach, du Kacke. Jetzt kommen sie halt wieder alle. Komm, volle Power auf den jetzt erstmal. Ja. Ja. Oh, nein. Alter Schwede, der hält aber auch, glaub ich, was aus. Na, guckt's euch mal an. Du musst dran glauben, du Blöder. Dieser Beschwerer hier, das sind, glaub ich, die Schlimmsten. Oh, nein. Weg, weg, weg. Wo der hinhaut, da wächst, glaub ich, nix mehr so schnell. Okay. Arschkrampe. Lass mal so einen kleinen Mobster kaputthauen. Ich glaube, dann ist er gar nicht mehr ganz so schlimm. Oh, oh. Ein Schutzschild für euch. Warum steht eigentlich Dorian da rum, frag ich mich, hä? Warum stehst du da rum, Kuppel? Ach, guck mal, so stark ist der gar nicht. Wenn man das Feuer konzentriert. Diese Rüstung, die er dann immer wieder aufbaut, das ist heftig. Die muss ich gleich wegbomben. So, das war's. Nur noch der Hauptmann. Wunderbar. Den kriegen wir jetzt. Den kriegen wir. Hauptmann. Hauptarsch ist geplätzt. Hat der wenigstens was... Oh, der hat was fallen lassen. Sehr schön. Was hast du denn? Besser der Gürtel der Magieabwehr. Naja. Naja, naja. Heiltränke haben wir jetzt wahrscheinlich keine mehr. Aber ich denke mal, das war jetzt der große Ansturm. Na gut, Leute. Ich mach schon mal Schluss. Nächstes Mal geht's weiter mit dem Sturm auf Haven. Ich hoffe, ihr habt weiterhin Spaß. Einigermaßen. Weil das war jetzt echt nur Gekämpfe. Keine Dialoge oder sonstiges Story-lastiges. Naja gut. Ich würde mich trotzdem über ein paar Likes und Kommentare freuen. Und schaltet wieder ein zu Dragon Age Inquisition.